So und damit hallo Freunde der Spiegel-Tobie, willkommen zurück bei Live-LP von Finale, von Vampyr, denk ich mal. Es wurde im Chat schon gesagt, das Tempo zieht jetzt an. Kein Zeit zu verlieren, dann. Ich muss da sofort gehen. Ich werde zurück in meine Den. Hast du eine Message für die Frau? Darf ich sie vor dir sehen? Ja. Auf zum Pembroke Hospital. Und das Schwert würde ich richten. Ich denke, dass der Vampirjäger der finale Gegner ist. Oder Dr. Swansea hat irgendwas damit zu tun noch, letztendlich. Mal gucken. Weil ich kenne das Ende noch nicht. Ich gucke mir das Ende nicht bei anderen an. Der gute Darius. Da fällt mir noch ein. Dem kann ich ja auf dem Weg mal eben kurz nochmal bei seiner Erkältung helfen. Der gute. Wohl früher schon in den Kommentaren geschrieben wurde, ich soll ihn doch bitte aussaugen. Hallo? Der arme Mann, ey. Der so weit weg von seiner Familie ist. Seid doch mal nicht so unmenschlich in den Kommentaren. Und die Prostituierte soll man natürlich immer am Leben lassen. Vor allem so schnell, wenn die hier krank werden, würde das dann nicht mal das deutsche Gesundheitssystem aushalten. Es ist locker, okay. Wie kann man mit mir interferieren? Wie kann man mit mir interferieren? Wow. Das gibt es nicht, ey. Im Ausweichen. Im Ausweichen. Mal eben Luft angehalten ein bisschen. Das soll ja immer helfen. Hast du jetzt EP verloren wegen dem alten Knacker, weil du 2000 EP verloren hast? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hätte ich mehr bekommen, wenn ich ihn ausgesaugt hätte. Ah, verdammt. Mein armes Knie. Meine alte Kriegsverletzung. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Das ist die Brücke übers Wasser, über den Fluss oder Kanal, wie auch immer man es nennen will. Okay. Was ist das Truck? Was ist das Truck? Sind die Vampirehunter hier bereits? Die Vampirehunterung. Keine Ahnung. Das ist das Bedeutung. Die Vampirehunterung mit dem ersten Mal ist diese Vampirehunterung. Das gibt es die Vampirehunterung. Gut, wenn du es mal so gebest. Aber da ich mit den Vampirfähigkeiten den Doktor nicht sehe, ja. Haben Edgar mitgenommen, die Schweine. Damit er die Vampire verrät, die er kennt. Ja, früher konnten wir nicht nach oben gehen. Jetzt ist offen, der Bereich. Das sieht aus wie eine Kampfarena. Nein. Ja. 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 So much for modern technology, time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood, the blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon open your head before your coward of a father. Your poisonous bite is useless on me. Aha, okay. Er ist total immun gegen Nahkampfangriffe. Und hier geht überall mal Licht an. Also nicht total immun gegen Nahkampfangriffe, aber er hält die eigentlich ganz gut aus, oder? Boah, warum kann ich nicht in beiden? Dann machen wir's halt so. Scheiße, der ein dickes Schwert. Scheiße, der ein dickes Schwert. Ich habe noch nie mit dem vernünftig geredet. Nein, warum ist die... Achso, mit C wechsel ich die andere... Hä, war nicht immer das komplette Waffending zu wechseln? Try something else. True light will cleanse you. I'll pit you down. The blood of a true defender of this land will protect me. Alter, wie wär's mal diese scheiß... Ey, will er mich verarschen? Die scheiß Waffe lädt nicht nach. Dann kommt er auf mich zugelaufen wie ein bescheuerter. Und gibt mir natürlich sofort einen Hit. Bin schon total begeistert von dem Kampf. Gegen George. Show some style. The blood of a true defender of this land will protect me. Close your eyes. This is gonna hurt. Your poisonous... probably find... Come on Reed. Toils. Oh! Oh. Let's go. Come on Reid! Wie gern würde ich dich auch zu einem Vampir machen, weil du einfach scheiße bist. Wenn du einfach nicht so bist, wenn du einfach nicht so bist, wenn du einfach nicht so bist. Nein, 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 nein! Wo kommt das ganze Licht her? What the fuck? Du jagst schon 8000 Schotflintenschüsse in den Rhein? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich werde dich schrauben! Wow, aber der ist gegen Nahkampfangriffe halt ziemlich immun. Es zackt jetzt schon voll ab. Dass man halt... Oh. Allein das hier. Ich bin doch gar nicht bereit. Kann man wenigstens vielleicht vorher einmal sich verneigen, bevor der Kampf anfängt? Wo ist der Anstand heutzutage hin? Ha! Your poisonous bite is useless on me. Come on, Reed. Try something else. If you're so innocent, why do simple night burn you so much? If you're not what a true defender of this land will be there. Boah, suck das ab, ey. I know, it hurts, doesn't it? True light will cleanse you, will pit you down. Come on Reed, try something else. Aber bei dem Tempo werde ich so 8000 Stunden brauchen. Verarsch mich doch nicht, ey. Ich drücke nur Leertaste. Ich mache nur die Ausweichscheiße, ey. Und trotzdem kommt der schneller mit den Schlägen an als so. Und jetzt habe ich keine Munition mehr für die Kacke. Ich habe keine Patronen mehr, das hat man schon gesehen. Das am Schrotgewehr konnte ich keinen Nachladen machen. Da, Null, Null. Weil wenn du stirbst... Ah, fuck off, ey. Das kannst du doch vergessen nur mit der Nahkampfwaffe. Ich brauche eine Schatten-Fähigkeit, um den anzugreifen. Und das zackt dann auch. Kann ich keine Kugeln formen oder irgendwie so eine Scheiße, wenn ich schon hier... ... ... ... ... ... Glutkessel, Abgrund. Na, die 2000 komm ich nicht mehr. Zum Biss komm ich ja auch nicht. Kannst deine Skills zurücksetzen. Ups. Dorsons Plan soll London retten. Das muss man ja kaum vorlesen, es wird ja darum gehen, dass äh, Dorson letztendlich äh, ne Mauer bauen will. Warte, da waren viele Kranke dabei, die waren beim ersten Mal noch nicht krank. Alter, wollen die mich verarschen? 30% der Bevölkerung wird einfach krank. Noch nicht mal, 100% werden einfach krank über Nacht. Epidemie ist nicht mehr aufzuhalten. Und es wird übrigens gerade im Chat geschrieben, ich kann meine Fähigkeiten zurücksetzen. Aber ist jetzt auch egal, dann würde ich das so irgendwie hinkriegen. Wenn ich normalen Schaden mache, sollte der... Äh, sollte das ja reichen. Ach, da ist normaler Schaden und kein Blutschaden. Aber trotzdem Bewaffnung, Säbel und Pistole. Patronen habe ich wenigstens noch. Und vielleicht sollte ich auch mal schauen, ob ich die Pistole nicht nochmal upgraden kann. Weil ich so selten mit den Nahkamp... Äh, beziehungsweise mit den Fernkampfwaffen gearbeitet habe. Habe ich da ja nie großartig was verändert. So, wundervoll. Natriumhydroxyd. Da fehlt mir eine Niete. Äh, gerne Kebab im Chat. Da ich in der Nacht noch ein Spiel zocke. Warum auch nicht? Also ist das ein Spiel, was man auch Nacht spielen sollte. Denke ich mal. Hallo, ist es hier auch immer Nacht? Das ist ja nur... Gucken wir mal, ob das mit den Schadensarten jetzt besser läuft. Jetzt habe ich... Ich glaube, ich bin 25 Minuten einfach gestorben bei dem Gegner. Ein Traum wird wahr.